Hey Leute, hier ist Anne und ich bin aktuell nicht so gut darin, informativen oder interessanten Content zu produzieren, aber ich bin gut darin, einen Vortag vorzubereiten, wo es darum geht, wie man coolen und nachhaltigen Content erstellt. Ähm, ja, also mit dem Fokus auf das Vloggen in Japan und dann macht das Ganze vielleicht schon wieder etwas Sinn. Wer mir auf Twitter folgt, weiß vielleicht schon, worum es geht, denn dort habe ich das letztens schon mal geteilt und zwar werde ich am Sonntag, den 9. September, auf der Konnichi Couch einen Vortrag darüber halten, wie man in Japan während dem Vloggen coolen Content erstellt, den sich die Leute eben auch gerne ein Jahr später mal anschauen, der nachhaltig ist, der gern gesehen wird und ja, einfach das, was ich halt so aus meiner Erfahrung während dem Jahr in Japan gelernt habe beim Vloggen. Ich war ja letztes Jahr schon auf der Konnichi Couch bei dem Japan-Vlogger im Talkpanel dabei und das habe ich vorher nicht ankündigen können, weil das einfach relativ kurzfristig war, nachdem ich nach Deutschland wiedergekommen bin. Da haben sich dann so ein paar beschwert, deswegen möchte ich mit diesem Video also ankündigen. Wenn ihr bei der Konnichi vor Ort seid, dann kommt gerne vorbei, aber auch wenn ihr nicht vor Ort seid, könnt ihr euch das Ganze angucken, denn die Konnichi Couch ist ein Livestream-Format. Das heißt, ihr könnt also auch währenddessen live im Internet dabei sein und euch das Ganze anhören, wenn ihr eben nicht in Kassel vor Ort sein werdet. Das heißt also, ihr könnt euch Sonntagfrüh auch auf eure eigene Couch chillen und einschalten oder wenn ihr Sonntagfrüh keine Zeit habt, vermute ich mal, dass wie letztes Jahr das Ganze hinterher auch dann bereitsteht und ihr das Ganze euch auch hinterher anschauen könnt. Ich finde das Format der Konnichi Couch richtig cool, weil es mal was Innovatives ist, was es nicht auf jeder Convention gibt und deswegen möchte ich das gerne unterstützen und habe mir eben einen Vortrag überlegt, der auch interessant sein könnte und nicht sowas wie, hey, ich war ein Jahr in Japan und ich erzähle euch, wie cool Japan ist, sondern einfach mal ein bisschen was anderes. Ich finde mittlerweile gibt es sehr viele kleine Kanäle, die alle versuchen, ja, cool Content zu generieren und ich habe gedacht, ja, eigentlich finde ich mein Content ganz cool, was so ein bisschen wie Eigenlob klingt, aber ich schaue mir meine Videos rückblickend auch gerne fast alle immer mal wieder an, ohne dass sie mir wirklich peinlich sind oder dass ich irgendwie finde, dass sie mega uninteressant sind oder so, also die meisten jedenfalls und deswegen dachte ich, ist das vielleicht ein cooler, ein cooles Thema für den Vortrag. Ich hoffe, dass es ein paar interessiert oder auch allgemein, wenn ihr ein bisschen darüber was erfahren wollt, wie ich vlogge, ja, wie so Videos entstehen, dann könnte das auch interessant sein für euch. Also würde ich mich freuen, wenn ihr entweder vor Ort oder eben im Livestream dabei sein werdet. Außerdem werde ich auch den Max von Epic Vlogs dabei haben. Ich habe mir gedacht, ja, Max war auch eine Weile in Japan und hat super coole Videos währenddessen gemacht und dadurch wird das Ganze auch nochmal ein bisschen dynamischer und die kriegt nicht nur meinen Blickwinkel, sondern eben auch seinen Blickwinkel mit und ich meine, ja, er macht das Ganze schon ein bisschen länger mit den Videos als ich und daher dachte ich mir, dass es super cool ist, von ihm ein bisschen Unterstützung zu erhalten. Falls ihr noch ein paar genauere Infos zur Konichi oder zur Konichi Couch haben wollt, packe ich euch einfach nochmal ein paar Links unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch nochmal auch das Programm der Konichi Couch allgemein anschauen. Ich finde, es sind echt cool und interessante Panel dabei und ich werde mir wahrscheinlich auch einige davon anschauen. Und damit war es das eigentlich schon für dieses Video. Ich hoffe, dass ihr vor Ort oder im Livestream dabei sein werdet. Ja, ich bedanke mich, dass ihr in dieses kurze Video eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.